Zurzeit wird Daniel Barrenbäum andauernd gefragt, ob er sich denn nun freue. Der Bebellplatz, befreit von Baucontainern, Beethovens neunte vor der rosa getünchten Staatsoper, Generalprobe für Schumanns Szenen aus Goethes Faust-Anführungszeichen im neuen alten Saal. Endlich zurück unter den Linden, nach mehr als sieben Jahren im Karlottenburger Exil. Und auf seine spezielle Art freut sich Barrenbäum ja auch. Die neue Akustik, für die die Saaldecke um über vier Meter angehoben werden musste, hat sich für ihn spürbar verbessert, weg vom staubtrockenen und elektronisch erzeugten Nachhall. Ich weiß, ich habe mich mit der Forderung für mehr Nachhall nicht populär. G-E-M-A-C-H-T, sagt Barrenbäum. Wenn es aber zu wenig Nachhall gibt, stirbt der Ton. Gibt es zu viel, verliert er die Durchsichtigkeit. Deutlich bessere Akustik. Der Ton macht die Musik, niemand weiß das besser als Barrenbäum. Im Ringen um das Erscheinungsbild der sanierten Staatsoper, hatte der Generalmusikdirektor des Hauses einen modernen Saal favorisiert, mit einem zusätzlichen Rang, bester Sicht von allen Plätzen, und einem angemessen großstädtischen Restaurant auf dem Dach. Dort würde Barrenbäum jetzt sein Mittag einnehmen, und nicht im nahegelegenen Hotel die Ehrumme. Bei einem wirklich blutigen Anführungszeichen-Stick erinnert er sich daran, wie ihn Richard von Weizsäcker anrief. Daniel, machen Sie das nicht. Das war einmal eine zerstörte Staditi. Mit diesen Worten bat der Altbundespräsident Barrenbäum, nicht länger für einen modernen Saal zu kämpfen. Dann habe ich mich nicht mehr getraut. Dirigenten kommen und gehen, die Bevölkerung aber bl-e-i-b-t, räumt der Dirigent ein. Und setzt nach. Ich hätte mir ein Gebäude für die nächsten 100 Jahre gewünscht, dafür habe ich gekämpft. Geblieben ist Barrenbäum ein neuer Raumklang, 0,7 Sekunden mehr nach Hall. Und einen modernen Saal hat er letztlich auch bekommen, mit dem von Frank Gehry entworfenen Pierre-Bullitz-Saal im Intendanzgebäude der Staatsoper. Zwischen diesen Welten wird er künftig wandeln, zwischen den Studenten der Barrenbäum-Saal-Akademie und den Musikern der Staatskapelle. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der zugleich einen Generalschlüssel für die Akademie und die Staatsoper H.A.T., sagt er, und da klingt jetzt schon stolz mit. Das Repertoire wächst. Der verzögerte, nochmals gestückelte Wiedereinzug hat auch Barrenbäums Pläne durcheinander gebracht. Vom geplanten Orchestertreffen, das dem Musikfest eine echte Konkurrenz gewesen wäre, bleiben jetzt noch Aufritte der Wiener und Berliner Philharmoniker in der Staatsoper? Und dann wurde Wolfgang Rehm nicht fertig mit seiner neuen Oper S.A.U.L., die nun im Oktober 2021 gezeigt wird. Auch 2020 wird die Saison mit einer U-Aufführung beginnen. Mit Matthias Schulz, der im Frühjahr Jürgen Flimm als Intendant nachfolgt, weist sich Barrenbäum in den Grundzügen einig. Neues und selten gespieltes wie in der jüngeren Vergangenheit J.O.L.I.E.T.T.A., die Z.A.R.E.N.B.R.A.U.T. Die Anführungszeichen oder der S.P.I.E.L.E.A. sollen das Repertoire erweitern. Unter den Linden geht es Barrenbäum um mehr als Spielpläne. Die Staatsoper muss das kulturelle Zentrum sein, von Berlin, von Deutschland. Was heißt das, eine Hauptstadt zu sein? Wenn sie nicht provinziell sein will, muss sie für alle da sein. Dafür ist die Staatsoper ein Symbol. Zur Wiedereröffnung hat Angela Merkel zwei Karten gekauft, so wie sie es immer macht. Für Barrenbäum ein Zeichen des Respekts. Emmanuel Macron, der Klavierspieler und Schumann-Fan, wollte kommen. In beide Politiker setzt Barrenbäum Hoffnung auf einen neuen Impuls für Europa. Man kann in seinen Äußerungen zu Schumanns Faust SZENE in Anführungszeichen auch ein kämpferisches Echo auf die Bundestagswahl vernehmen. Faust ist ein deutsches Thema, und nicht unwichtig für das, was die Staatsoper repräsentiert. Die Nazis haben die deutsche Kultur nicht repräsentiert, sondern zerstört.